Herzlich Willkommen bei The Borestos. Hello, Borestos. Wir gehen jetzt, halt, wir waren gerade beim Steine sammeln. Ja. Ich gebe zu, ich habe zwei Steine schon aufgehoben. Außerhalb der Aufnahme. Wollen wir ein kleines Totem oder ein großes Totem? Also, Moment, ich zeig's dir. Klein. Groß. Große. Und dann hätten wir hier noch ein Arm-Totem, das wäre, na gut, das wäre noch kleiner. Also, lassen wir's wirklich so stehen, wie es jetzt dasteht, ne? Also, so lassen wir's, oder? Joa, also, ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Ein großes Totem. Oder möchtest du lieber eher, äh, fackeln? Also, nicht fackeln, sondern so Leuchtdinger. Die leuchten auch alles aus. Aber, können wir daneben oder sowas machen, ich weiß nicht. Oder war dann das sich ein bisschen platzt? So ungefähr, und dann kann man ja daneben... Ich hab da vollstes, ich hab da vollstes Vertrauen in dir, so. So, dann fang ich mal an, ein paar Bäume zu fällen. Für die Kirche. Ah, ne, war schon richtig rum. Oh, fuck. Alter. 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 Oh. Ich hab's nicht nur nur schreien gehört, aber. Äh, äh. Äh. Alter, hat's mich grad geschockt. Ich hab die Mutanten nicht gehört. Oh. Ich muss grad voll runterkommen. Holy shit. Holy shit, ey. Grad voll entspannt beim Motus sägen. Keiner sagt irgendwas. Perfekt. Gleich ne Leiche für... Wir könnten den vielleicht irgendwie... Kann der Bäume fällen? Hallo, hier. Hau mal ein bisschen. Hau mal ein paar Bäume kaputt. Komm mal her. Das war doch, glaub ich, der Fall, oder? Ja, aber das war der, der gerannt ist, oder? Oder war das der? Ne, da macht die Bäume kaputt. Geil. Dann schick ich mal ein bisschen durchs Weltlein. Ja, passt. Wir hätten vielleicht die Steine mal auch nicht anfangen sollen. Bäh. 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 Hast du mich aufgehalten? Ich komme schon mal mit dem Wagen. Obwohl, ich mach vielleicht kurz mal die FG schieße. Hier. Hier. Au. Guck mal, den Baum. Fällt der jetzt? Den Baum will er nicht so ganz. Alter. Jetzt ist ein Vogel auf der Leiche gelandet. Den, die ich gerade zerlegen wollte, das habe ich den Vogel gefühlt. schon wieder? Äh. Ich bin rausgetippt. Äh. Äh. scheiße ach so ja genau deswegen ja ich habe extra noch mal geschaut bevor ich gesteure ich glaube langsam sollte ich mich doch vielleicht killen ich glaube langsam sehe ich da nicht mehr durch welche bäume der gefälscht hat und welche nicht kommt den da wäre auch geil der wäre noch geil gefühl die leichen die spornen relativ schnell also die drei leichen von vorn die sind weg der auf wiedersehen gesagt so mein guter jetzt sind richtig an war jetzt nervst du frage ich mal die baumstämme einsammeln ich glaube bei der mauer des steins und es geht sogar weil das wollte den fallen ist es immer so ein kleines ja das kann sein weil da konzentrierst du dich ein bisschen mehr drauf mit den steinen wenn den steingarten haben wir auch geschafft haben wir ja zwei schichten gehabt also komm jetzt stirb halt endlich jetzt nervst du langsam oh ich habe keine papptweine mehr warte ich muss mal in die ganzen billigquellen loswerden ein komisches geräusch hier hey was hat der jetzt erwischt ich weiß nicht ich höre die ganze zeit ganz komische geräusche ab der wie viele pfeile der drin stecken hat das ist ja nicht mir normal yeah rüstung ach lol warte ich habe oh es tut mir so furchtbar leid oh man oh nein die haben die ganze zeit eine scheiße gesehen ich sag's doch oh man ist mir das gleiche passiert wie letztes mal als ich rausgetappt bin war die so jetzt muss es wieder stimmen tut mir leid ich hoffe dass es jetzt nicht zu schlimm war ich habe das jetzt erst gecheckt was ja weil als ich rausgetappt bin habe ich außerdem ein bild was ich aufnehmen auf die zeile gezogen also ich habe es geändert und das ist in der aufnahme dann auch immer da wie viele bäume hatten der dann hier gemäht ich habe einmal durch halb im wald geführt krass ist der scheiße alle wollen wir irgendwie kurz so ein lager aufschlagen ja ganz schnell wo bist denn du wieso fällst du denn nochmal ein baum nee den hatte ich mal angefangen und den wollte irgendwie nicht abreißen wo bist du noch da ja komm bauen wir schnell b äh kleines lager provisorisches lager perfekt eigentlich jetzt müssten wir ja warum machen wir sowas nicht öfter nein ich kann nicht schlafen ich auch nicht gut dann holen wir noch ein paar baumstern ich sehe nichts ähm hast du einen zweiten wagen auch hier ja 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 das ist doch nicht mehr normal die liegen echt überall ne so krass ja die liegen jetzt echt ein bisschen verteilt ja das waren bestimmt so zehn oder bäume oder sowas perfekt dann nimmst du jetzt einen wagen und ich einen wagen ne ich muss viel rum haha sowas nimm ich da jetzt überhaupt nur ohne an den bäumen zu hängen lass die steinmauer hinten mal offen damit wir da von hinten mit reinfangen was machst du da das bist du oder nein eigentlich stimmt doch gar nicht du bist du zu schnell wieder ja perfekt danke gern geschehen waa slalom wuuu aber eigentlich ganz gut dass wir jetzt ein bau projekt im wald haben ja das ist so toll das ist das ist eigentlich praktisch zum glück nicht irgendwie auf dem wasser aber so ne am strand wäre es jetzt echt furchtbar gewesen hier habe ich ihn versucht wegzulocken also eher in diese richtung ach da sind ja noch hafenweise da sind ja noch hafenweise da sind ja noch hafenweise hier unten noch irgendeiner ne ach hier ist ja ich glaub ne ne das ging nur noch weiter nach rechts glaube ich aus hier hast du alle oder ja hier hast du alle hier liegt noch einer hier liegt noch einer da hinten liegt noch einer äh hm äh jetzt ich dachte jetzt mal mehr ehrlich gesagt ach da hinten rollen zwei da hinten rollen zwei ach hier sind noch welche ah ok so so ich muss mal wieder aus essen ja ok ich glaube das war es denk ich ja das war gar nicht was so wenig ich meine ja also vier Wägen voll oder so ja das waren fast vier Wägen voll ja vier Fuhren hat gute Arbeit gelöstet ich esse jetzt paar Beeren weil ich kostetlose Arbeit so ich habe jetzt paar Beeren gegessen habe ich wieder Ausdauer trinken und ein bisschen essen und da wollte ich jetzt nicht oh ne ich hör schon wieder nichts Mutter ich hör Babys und Babys oh nein der Wagen ich weiß er ist nicht voll aber ehrlich gesagt war mir jetzt grad egal ach verdammt und jetzt eigentlich wirklich täglich hier das ist langsam echt recht sag mal siehst du eigentlich die Baum schon normalerweise sieht man die doch wo man die reinhaut oder ja normalerweise schon ja ich seh die grad echt gar nicht ne ich seh die oh perfekt der hat den war doch der Mutant der grad den gefällt hat oder ja aber das ist nicht so geil schick hier muss er raus nein die Bäume wollen wir behalten nein kommst du her komm her ja den kannst du auch mitnehmen so ganz ein Blickpfeile mal verbraten ja nixens einen Sinn ich wünschte man hätte halt ne stärkere Fernkampf ach die Arm stimmt die Arm oh ja das hat ja mal super funktioniert oh ja Stecker hab ich auch gut ach du scheiße ganz viele kleine scheiße da haben wir die Feuerpfeile grad nicht machen ja vielleicht hast du keine mehr ja dann wechsel mal schnell geh mal auf deine Nahkampfwaffe dann wieder auf deine Fernkampfwaffe das war bei mir vorhin auch das Problem naja perfekt ha 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 Traumfeld oh ein Kanickel da ist ein zweiter Mutant er ist tot da wäre ich hier hochgekommen das wäre mal echt interessant ob der jetzt hier hochgekommen wäre Achtung ich hole einen zweiten Mutanten hallo Achtung ich bin grad nicht so bei der Sache gewesen ich schmeiß molly Achtung er kann nicht in der Hand explodieren oder ne normal nicht ne da ist ja schön ist er tot? ja nice boah ich muss unbedingt was essen und trinken ich hab aber so das Gefühl dass die nimm halt paar Beeren die du in der Tasche hast ach so ja stimmt eigentlich klatsch doch mal so Ausflüge machen wird's eh keine mehr ausrusten wir haben jetzt einen ganzen Garten voller Beeren da sollten wir die mal ein bisschen nutzen äh halt hier essen so du hast ja recht du hast eigentlich krass ich hatte echt gar keine Rüstung jetzt haben da mal äh haben wir die Mutanten angegriffen jetzt haben wir nicht fast echt fast voll ne mit Mutantenrüstung also das Problem haben wir echt gar nicht mehr ich finde das echt verwirrend wo die das ich hoffe dass wir das nicht ins Nichts bauen dass das irgendwie gepackt ist ne ne da sieht man ja dass dann die da haben wir gar nicht mehr so viel ne ja aber es ist irgendwie trotzdem bissl verpackt ne weil da stand eigentlich dran und zipp ja ich bin gespannt was da jetzt gleich passiert wenn man schluss machen ah da ist ja einer da hier komm mal raus hier ja 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 boah ich muss mal ein paar Stöcker sammeln hier so ich hab gar keine Stöcker mehr gib mir den so viel so viel so viel Ding brauchen wir gar nicht mehr ne so viel Bäume ja aber ich 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 kann mal hier zwei Bäume stellen irgendwie will der Baum nicht der Baum der war jetzt hartnäckig der wollte irgendwie nicht umfallen ja die ist ein bisschen nervig irgendwie oh mann die pumst wieder einer oh oh hä ich glaub meine motorsäge ist kaputt irgendwie irgendwie brauchte ich saulange zum zu fällen Ganz, ganz komisch Ganz, ganz merkwürdig Oh, du und du kommst schon mal mit, dass ich, wenn ich den Wagen hole, da kann ich mal zwei Baumstämme noch mitnehmen Ah, das sind doch viele Oh, perfekt Wow Oh, sehr schön Nice, ne? So, dann kann man es ja hier gleich mal zur Hatschuken Haben wir hier irgendwo, äh, 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 Schiebewagen? Ach da Ja Yeah Wo waren jetzt die Baumstämme? Ich weiß ja schon gar nicht mehr Irgendwie hier unten War das da links? Ich glaub da links, oder? Jawoll So Aber die Babys hab ich immer noch nicht gekillt, ne? Keine Ahnung Hast du Babys gekillt? Also ein Baby hab ich gekillt, ne? Ja, dann wird das schon nicht gewesen sein Gut, ich muss sagen, er hat auch wieder die Vorteile, wenn sie die ganze Zeit... Dann kann man es einfach nicht gleich zerbinden... Oh, meine Güte Bleib mal weg Alter, was machen die Vögel? Gehen die Vögel irgendwie immer auf Leichen, oder so? Das kann sein, ich hab vorhin mal einer auf einer Leiche landen sehen Die ganze Zeit, ich kill die ganze Zeit Vögel Du bist halt ein Magnet für Vögel oder sowas... Ich bring dir noch eine Leiche Ich brate mal ein paar Vögel hier... Ja, bitte, weil ich hab eh Sauhunger Ist gar nicht mal so schlecht, wenn du ein paar Vögel brätst Brätst Hab ich hier nicht mehr Bäume gefällt? Ich versteh das grad nicht Da liegt noch einer Bläh Wie viel brauchen wir denn noch? Äh, Baumstämme 14 1, 2, 3, 4, 5 Das ist doch... Hä? Ich hab doch zwei Bäume gefällt Sag mal, wo sind die denn hin? Irgendwas, irgendwas ist da grad Oh, leer Krass Aber wie ist das? Ohne Scheiß, irgendwas stimmt da nicht Ich muss so lange mit der Motorfänge drauf Vollziehen Ja Äh, das ist irgendwie voll verpackt, Alter Ich brauch grad ne halbe Tankfülle, um zwei Bäume zu fällen Irgendwas stimmt nicht Lass mich doch erstmal in Ruhe hier zur Hackstückeln Headshot Alter, das sind so viele Leute hier Headshot Oh, das ist gut Double Headshot 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 So, Entschuldigung Ich bin hier grad ein bisschen in meinem Element Halt, ich hab ganzen Köpfe noch gar nicht abgehauen Was? Ist noch jemand? Ja Wo ich grad Headshot sagen, weil kein Headshot Headshot So So Gänzenlein kann ich hier mal hinlegen Kopf tue ich da noch mitnehmen Äh, hallo Jetzt ist die Frage Sind das die 350 oder sind das die Zehn, die jetzt da noch stehen Gute Frage, wir werden's gleich rausfinden Muss ich noch einmal gehen Muss ich noch einmal gehen Ich brauch noch acht Köpfe Ja, es ist so schnell gemacht, ehrlich Also mittlerweile, die Effigies, wir kriegen so viele Gegner Ja Mittlerweile ist das nichts Habe ich da sonst noch irgendwo, weil sonst geht das genau Naja, gut, da haben wir noch eins Hallo, Baumstärm, Baumstärm, sind hier irgendwo Baumstämme, Baumstämme Ich benötige Baumstämme, hat jemand Baumstämme zu verkaufen Baumstämme, bitte, irgendwo Nö, das war's, okay Gut, dann Bring ich die letzten Also, weiß ich jetzt nicht Das wird jetzt echt interessant Also, ich fühl mich hier grad wie bei einer Metzgerei Ja, das hat ja gut funktioniert Aber Man kann jetzt, kann man noch Baumstämme hereintun jetzt? Ja, anscheinend Ich hab grad noch ein Egg zu sein Ja, das geht noch weiter 83 von 370 Ja, anscheinend ist das einfach ein Bug Also man kann jetzt wahrscheinlich noch fertig bauen Aber es wird halt unten nicht mehr angezeigt, wie viel man braucht Oh, scheiße Ja, die Vögel sind alle verbrannt Oh Ah ja, genau Ich will ihr Leben wegen Essen Ja, nö, ne Kann ich nicht essen Ah, da lässt sich wieder probieren Okay, passt Ne, also ich glaub schon, dass man es fertig bauen kann Ja, gut, aber noch ein paar Wir hatten noch viel Gar nicht schon Da benötten wir noch ganz schön viel Holz Ach, verdammt Ich probiere jetzt noch einmal meine Motorsäge aus Aber wenn es wieder so rumbackt Okay, jetzt ging's Zu vorn, die Stelle vielleicht Ja, jetzt geht's wieder Fall mal um Es ist nicht beunruhigend, ihr Leute, wenn ihr hier ganz greift Es sind wirklich tode Leute Ich habe Ich glaube, jetzt Ja, fünf Minuten Wir sehen Leute, die zu wird Was doch, oder? Ich brauche neue Äpfel Ich kann die ganzen Arme und Beine hier gar nicht verwerfen Wenn du da mal fertig bist, könntest du mal mit einem Wägelchen kommen Noch Arme, Beine Dann nehme ich noch schon deinen Kopf mit Ja, weil ich habe hier jetzt ein bisschen viel gefällt, glaube ich Da könnte ich eventuell mal Ja Drei Wägelchen brauchen, wäre nicht schlecht Irgendwie schade, dass die, äh, leichen Leichenhaut Was, dass die, ich habe sie nicht verstanden Dass die diesbohren und so schnell Achso, ja gut Weil mittlerweile Alter, was hast du denn hier geteilt? Ja, ja Entschuldigung What the fuck Ich habe irgendwie die ganze Zeit nur Während ein Baum fällt, habe ich so 300 Baumstimme, verdammt, 300 Baumstimme gedacht Krass Könnte schon mal fahren, genau Damit Immer einen holen und einen hinstellen Wäre ganz nice Wo ist denn der dritte, ich hole mir den dritten Wagen Ist der auch hier oder steht der bei uns drüben? Ich habe keine Ahnung Ich glaube, der, naja, der steht bei uns noch drüben Wie viel brauchen wir denn noch? Was steht denn da? Hm, genug Das wird hier nicht reichen wahrscheinlich Weil ich stelle mir zuvor, wenn man sich die Bauprojekte mal alleine macht Das ist auch nicht weniger, ne? Nee Darum ist es, blödsack, bei Bauprojekten nicht sinnvoll Ich bin zu viert, oder? Sechs, acht Dann ist es zwar nicht mehr so ein Survival-Spiel Weil ich glaube, die Gegner werden da auch nicht mehr Aber ich glaube, wenn du das alleine spielst Schaust du auch nicht so darauf, wie du baust Also, ich glaube, da baust du eher Wirklich nur auf Effizienz Beziehungsweise, ähm Halt für dich, damit du überlebst Aber du würdest niemals, ne? Äh, keine Ahnung So, Riesentürme anfangen Und dann irgendwie eine Kirche bauen Wenn das alleine, das schaffst du einfach nicht Ja, so 270 Baumstärme brauchen wir doch Alter Stell dir mal vor, das müsste man jetzt alles machen Ohne Motorsäge und so weiter Oh Gott, das will Nee, da wird nur Na, ich weiß nicht, ob wir das dann überhaupt machen würden Nee Na ja, gut, wir sind schon ein bisschen behindert manchmal Das stimmt schon Wenn wir da jetzt keine andere Möglichkeit hätten, hätten wir gesagt Tja, da müssen wir jetzt durch, ne? Das schaffen wir schon Bisschen nebenbei Ja Ja Das wäre unser Motto Man braucht uns bei 35 Folgen dafür, aber Hä? Äh, keine Ausnahme mehr, warte, wird's Hier So Absolut Legs ab Das wird schon wieder dunkel Kannst gleich ein Lager bauen Ja Mach ich So B Baumenü Ein kleines Lägerchen So 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 Da fehlt mir ein bisschen Sticks Oh, ein paar Sticks Ja, Sticks Give it to me, baby Hey, I need Sticks Manchmal könnte ich, könnte man echt überlegen, ob man einfach so Cheat kommt Hahaha Und endlich Ressourcen hat und dann einfach Gib ihm Ganz ehrlich, wenn es irgendwie ein Cheat gäbe Gibt es, man kann doch die Konsole irgendwie öffnen, oder? Jaja, man kann Konsole essen, ich weiß aber nicht, was man da genau machen kann, alles Äh, also es gibt ja diesen Modus da, wo man da so rumweben kann Ja, Kreativmodus und so, ich glaube, ja sowas Ähm Und man hat unendlich viel, äh, oh Aber ist das, aber das ist nur im Kreativmodus Nee, man kann, glaube ich, auch so die Konsole im Spiel Komm, wir können schlafen, komm Ähm Ja, aber wenn, ich glaube, wenn es dann ein Cheat gäbe, wo du die Ausdauer Erhöhen könntest Hä? Wir haben zu früh geschlafen Eindeutig Oh Mann Aber das war schon dunkel Es ist hell Es ist hellge- Okay, das Schlafsystem, das ist echt n- Oh Mann Ja, naja, gut Was soll's Ach, ich hab Ja genau, stell ich einfach mal in der Nähe mit Licht, das seh ich alles Achtung, der Baum fällt genau auf dich, okay, passt Ich hab dich gewarnt, dass du, dass du da nix Dann aber sagen, nö, alles gut Ja, weil du dann rausgerannt bist Oh Der hat mich trotzdem getroffen Und dann bist du auch wieder reingerannt Aber nachdem ich gesagt habe, nö, nö, alles gut Also da kann ich aber auch nix dafür Lügen Lügen werden einfach verbreitet von dir Wieso tust du sowas? So, ich komm auch nochmal mit Ah, ich häng hier Mann Kann ja nicht sein, ehrlich Oh Gottchen, 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 Gottchen Mir fällt gerade so auf Obwohl es eigentlich nur Forrest Es ist die CPU-Auslassung relativ Oh ja, stimmt Jetzt wo du sagst, sie ist sehr hoch Naja Kann es sein, dass es eventuell daran liegt, dass man nicht mal die Qualität Deshalb schlecht Nee, wohl Ich weiß nicht Oh, warte kurz Wir haben hier wieder Besucher Und ich sehe wieder gar nichts einfach, ne Wurden alle Baumstämme geholt? Oder bin ich nicht gerade voll, voll Nee, ich glaube, es wurden schon viele geholt Also alle weiß ich nicht, aber Auf alle Fälle sehr, sehr viele Dies ist rumgekämpft Einer ist tot Zweite ist tot Dritte ist tot Hä, nee, nee, der ist nicht tot Scheiße Ah, gut zack Piss dich Ja, er ist tot Oh nein Hier, eine Leiche Auch wieder tot Hast du die anderen zwei Oh, da kommt noch eine Ja, die anderen zwei liegen auch hier Nicht getroffen Kein Headshot Ah, du Nervenseger Bitteschön Hey, lassen wir uns den Wagen in Ruhe So, hier ist dann Hier ist dann noch ein Ach, hallo Geht's noch Oh nein, jetzt von hinter mir auch noch Ey, sag mal Alle laufen gerade richtig viele rum Holy shit Vielleicht sind es die Effigies Dieses Unlocken Ich habe gerade eben erst einen Fertig Alter, da kommen echt viele Das werden immer mehr Also 14 Leute habe ich schon gekillt Um die Effigies reinzuhalten Alter, ich alleine habe glaube ich gerade 14 gekillt Das hört ja gar nicht mehr auf Scheiße Weil wann wird es jetzt eigentlich hell Wir haben noch gepennt, oder? Wir sind doch nicht mitten in der Nacht aufgewacht Der ist auch tot Nice Nein, ich möchte die Leiche wegtragen Ach, scheiße Hakezack Oh, oh, oh Entschuldigung, Frau Du bist irgendwie in den Schussbaum gelaufen Kann ich auch nichts dafür Aber wir schätzen die echt gerade gut weg Muss ich sagen Alter, voll, Alter Ich mache auch richtig gut Headshots gerade Das läuft echt gut Ach, du leckst Ja, wir müssen die Leichen hier Wenn man die nicht verbrennt, dann weg müssen Dann will man eigentlich Lol, Alter Riesen-Effigies bauen, ey Oh, ist die Betämpfer Oh, Gott sei Dank Ich sag's dir Äh, wo wollen wir die Effigies eigentlich noch so hin bauen? Glück sagt Um den Zaun so rum Nee, ich dachte hier einfach hier so Einfach Oder vielleicht so Soll man das am Weg entlang machen vielleicht? Oh Ja So dass wir durch die Effigies durchlaufen müssen Boah, wäre schon geil, oder? Irgendwie Könnte man auch Irgendwie, warte Kannst du hier mal den Weg anfangen? Ja, ich such's gerade Dann tue ich das Ganze gleich mal wegtragen Natürlich finde ich es wieder nicht Ach, da war er Ach, da war er Jetzt müsste ich natürlich ungefähr wissen, wo Äh Unsere Base ist Siehst du ja ungefähr Ich mach mal den Weg so ein bisschen Auch hier beim Ding vorbei Mhm Ja, also wir haben jetzt in kurzer Zeit Ungefähr so 20 Leute gekillt Ach, nice Oder? Oder nicht? Ja Sehr gut für's Effigie Sack, so Warum kann ich hier die Dinger nicht bauen? Ey, ehrlich Wenn das jetzt Ja, lag wirklich wegen dem Oh, ne Falle ist gerade ausgelöst Sehe ich gerade So, von welchem Tor aus soll das gehen? Unser Haupttor Ja Ja Hast du's ja schon fertig gemacht? Äh, ne, gerade ist wohnt Ich hab nur gesehen, dass ich hier verkehrt bin Hier auch Und dass er in diese Richtung bauen soll Sollte Oh, ey, ey, ich seh gerade Wir müssen die Folge haben Oh ja, 37 Minuten wieder Na, es ist die CPU Hast du das dann wieder runtergegangen? Oh, es geht Hält sich noch um Grenzen Geht anscheinend in der Oh, jetzt geht's wieder nach oben Ich hab nichts gesagt Ja, aber wir merken ja eh, dass The Forest Im Spiel Die Qualität Äh Also nicht im Spiel, sondern Auf YouTube Von The Forest Die Qualität Schon Heftig Brutal ist, ne Also sehr abnimmt Das ist Leider so Ich glaub länger kann ich den Weg nicht machen Ne, ich kann den Weg nicht länger machen Okay Gut, dann machen wir den mal bis hierher So Und dann machen wir hier nochmal Einmal so Oh genau Wollen wir eigentlich immer so 2-2 nebeneinander haben Abwechselnd Oder Vielleicht versetzt immer Oder wirklich exakt Ja, nee Das kannst du machen, wie du willst Willkürlich Oder Böder Baumstumpf Ich wollte dich hier nicht haben Kannst du entscheiden Gib ich dir Ganzen Freiraum Das ist mittig Immer noch nicht Ach, scheiß fliegen hier Nicht auch, wa? War ne kurze, ich weiß Ja komm, wir müssen die Folge beenden Hilf dir einfach nix Achso Ich bin ja hier grad guter Metzger Nur blöd, dass ich so viel Äh, so wenig Körperteile trage Achso, die Beine sind schon voll hier So Ach, leck mich Ich baue gerade Keine Zeit für dich Hacke, Hacke, Fleischi So Da brauche ich noch Köpfe Und Arme Ey Was soll denn das? Ey, hier ist mein Kopf Bleib stehen So ein Wichser, ehrlich Komisch Wir möchten nicht sterben, anscheinend Gott sei Dank So Oh, ich hab echt richtig Hunger Ich musste mal ganz schnell Da ich eh grad da bin Kommst du zu unserer Siedlung Oder soll ich zu dir kommen Oder machen wir mal getrennt aufhören Weil wir müssen jetzt aufhören Sonst haben wir wieder so eine scheiß Überlänge Wir sind jetzt eh schon bei 41 Ja Ja Passt Nee, ich kann aufhören hier Na, ist halt voll Ich esse noch schnell Damit ich hier So Gut Also ich könnte eigentlich auch aufhören Bin soweit Basel Speichere noch schnell So Ich hab gespeichert Und ich werde jetzt bereit aufzuhören Irgendwann, ich muss den ganz kurz killen hier noch Au, au Au, au Da sind grad viele Das ist wieder nervig So, ist tot So, das kann ich auch aufhören Glaube Passt Alles dann Vielen Dank für's Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Dankeschön Tschüss Tschüss